Henri Bergson, 1859 geboren, war Professor in Paris. Seine Vorträge und Bücher erlangten eine überwältigende Resonanz. 1927 erhielt er den Nobelpreis für Literatur. Bergson beeinflusste nicht nur andere Vertreter der Lebensphilosophie spürbar. Sein Einfluss reicht in die Phänomenologie, den Existenzialismus und den Pragmatismus hinein. Obwohl man ihm während der Zeit der nationalsozialistischen Besetzung Frankreichs eine Ausnahmebehandlung anbot, entäußerte er sich all seine Auszeichnungen, Titel sowie Mitgliedschaften und ließ sich als Jude eintragen. Bergson verstarb 1941. Henri Bergson gilt als der einflussreichste Vertreter der französischen Lebensphilosophie, die oft als Irrationalismus bezeichnet wird. Für Bergson stellten Raum und Zeit im Gegensatz zu Kant keine gleichberechtigten Dimensionen und Anschauungsformen dar. Während sich der Mensch im Raum zu allen Seiten hin bewegen kann, verläuft die Zeit in eine einzige Richtung. Wenn die Menschen die Zeiten messen, bestimmen sie in Wirklichkeit Veränderungen im Raum. Die rote Spirale links in unserem Modell verdeutlicht Bergson's Auffassung von Zeit und Bewegung. Drehen wir sie an ihrem unteren, halb verborgenen Ende nach links, sehen wir die Bewegung nach oben nicht wie gewohnt als Durchschreiten einzelner Raumpunkte, sondern die gesamte Länge umspannt. Die Bewegung stellt ein Ganzes dar. Sie in einzelne Punkte einzuteilen, hieße, sie zu zerstören. Während sich die gespannte Bewegung nach oben hebt, scheint sie sich nach unten im geometrischen Raum zu zerteilen. Um die Zeit zu begreifen, muss sich der Mensch laut Bergson mittels einer Ur-Intuition in sie hineinversetzen. Die Intuition beschreibt Bergson zufolge eine Fähigkeit, bei der Intellekt und einfühlender Instinkt zusammenarbeiten. Der Verstand zerteile die Zeit, obwohl sie unteilbar ist. Bergson verglich die lebendige Bewegung mit einer Rakete, die, während sie selbst nach oben strebt, die Schlacken der Materie nach unten fallen lässt. Der geometrische Intellekt des Menschen kann ausschließlich diese Schlacken erkennen. Deswegen wird seine Erkenntnis dem Leben als Ganzes nicht gerecht. Wie ein Käfig zerschneidet er mit seinen Koordinaten das Lebewesen und wird, mit einem Wort von Ludwig Klages, zum Widersacher der Seele. Die Entwicklung des Lebens gleicht nach Bergson einem schöpferischen Fliesen. Es sei wie ein Strom von angesammelter Energie, der durch die Materie des Lebens hindurch geht und sich in dessen Gestalten aufteilt. Die Pflanzen- und Tierpräparate zeigen die erstarrten Einzelgestalten des Lebens, die alle vom Elan vital, der Woge des Lebens, durchströmt werden. Dieser Lebensfluss lässt sich weder in Bezug auf seine Ursachen noch hinsichtlich seines Ziels hinreichend erklären. Bergson meinte, dass es Bereiche gibt, die der Rationalismus nicht angemessen darlegen kann, weil dieser auf eine räumlich-mechanische Grundlage aufbaut.